Liebe Sportbootfahrer, hallo Technik-Interessierte! Dieses Video soll euch zeigen, wie man Daten aus dem Signal-K-Server an Node-RED zur Verarbeitung senden kann und auch wieder zurück. Im zweiten Teil des Videos wird ein Weg gezeigt, wie man digitale Schaltflächen in Node-RED programmieren kann. Die Einführung dazu gab es im Video 1 zu den digitalen Schaltflächen. In einem anderen Video von vor drei Jahren habe ich eine Möglichkeit gezeigt, über eine TCP-IP-Verbindung mit Signal-K und Node-RED Verbindung aufzunehmen. Das hat leider nicht immer und bei allen funktioniert. Wenn aber Node-RED als Web-App auf dem Signal-K-Server heraus installiert wurde, werden automatisch die Nodes mit installiert, die für die Kommunikation mit Signal-K wichtig sind. Wie man Node-RED als Web-App installiert, zeigt das eben erwähnte Video zu den KIP-Schaltflächen im letzten Drittel. Bevor wir mit der Datenverarbeitung in Node-RED beginnen, muss sichergestellt sein, dass im Signal-K-Server irgendwelche Daten auflaufen. Das checkt ihr am besten über den Data-Browser. Wenn dort überhaupt keine Daten auflaufen, bitte mindestens das Plug-In für die Raspberry-Überwachung installieren. So ist sichergestellt, dass mit der Temperatur der CPU wenigstens ein Signal-K-Path Daten liefert. Starten wir nun den Node-RED-Editor und schauen uns auf der linken Seite an, welche Nodes vorhanden sind. Die orange gefärbten Nodes beziehen sich auf den Signal-K-Server. Um Daten aus dem Server zu empfangen, ziehen wir den Subscribe-Node ins Flow-Fenster. Dort wird in der Zeile Path der entsprechende Signal-K-Path eingetragen, der im Data-Browser zu sehen war. Also hier Environment, RPI, CPU, Temperature. Man kann dem Node noch einen Namen geben, den Rest lässt man unberührt. Wenn euer RASPI zu viel zu tun hat und die Daten nicht allzu zeitkritisch sind, sollte man die Eingabe Period hochsetzen, um den RASPI nicht unnötig zu belasten. Wenn nun ein Debug-Node mit dem Subscribe-Node verbunden wird, kann man rechts im Debug-Fenster die auflaufenden Daten sehen. Das bedeutet, die Datenverbindung funktioniert. Mit den Daten könnt ihr nun alle möglichen Dinge anstellen, berechnen, in Dashboards darstellen oder verändern und wieder zurück an den Signal-K-Server senden. Das geht folgendermaßen. Mit dem Node Signal-K-Send Path-Value könnt ihr Daten an einen neu einzurichtenden Signal-K-Path senden. Das kann zum Beispiel der An-Auswert einer Schaltfläche sein. Das soll hier einmal auf die Schnelle simuliert werden, indem ein Inject-Node Daten erzeugt. Der Inject-Node sendet jede Sekunde die Zahl 5. Das ist die sogenannte Payload, die im Message-Objekt gespeichert wird. Dieses Message-Objekt wird automatisch von Node zu Node weitergegeben. Diese Payload wird zunächst an einen Funktions-Node gesendet. Funktions-Nodes enthalten JavaScript-Code, mit dem die eingehenden Daten verändert werden können. In diesem Fall fügen wir im Funktions-Node dem Topic des Message-Objektes den Namen des Signal-K-Paths zu. Der Funktions-Node macht also zweierlei. Er gibt die empfangene Payload des Inject-Nodes ohne Veränderung weiter an den Subscribe-Node. Gleichzeitig fügt der Funktions-Node ein Topic zu. Wenn nun deployed wird, also der Flow gespeichert wird, sollte nach kurzer Zeit der neue Path mit dem jede Sekunde gesendeten Wert auftauchen. Soweit ist damit die Datenkommunikation zwischen Signal-K und Node-RED grundsätzlich geregelt und der Weg frei für eigene Ideen und Projekte. Wer möchte, kann nun weiterschauen und sehen, wie digitale Schaltflächen in Node-RED im Zusammenspiel mit KIP und dem Signal-K-Server realisiert werden können. Die notwendigen Installationen und Konfigurationen waren bereits im ersten Video, digitale Schaltflächen mit KIP und Signal-K, zu sehen. Steigen wir ein in die Einrichtung der digitalen Schaltflächen. Schritt 1 ist, im Signal-K-Server die Pfade einzurichten, die wir für die Abfrage durch KIP benötigen. KIP erwartet für sein State-Widget einmal einen Pfad und dann einen Wahrheitswert, also True oder False. Das müssen wir mit Node-RED realisieren. An dieser Stelle sei kurz eingeschoben, dass es auch ein Shelly-Plugin im Signal-K-Server gibt. Das Plugin operiert mit Zahlenwerten, wie hier zu sehen. Diese Werte müssten wir ebenfalls in Node-RED oder irgendwo sonst auf boolsche Werte umschreiben. Daher hilft das Shelly-Plugin nicht wirklich weiter. Zudem liefert das State-Widget wiederum einen Text, womit das Shelly-Plugin nichts anfangen kann. Wir kommen also um die Programmiererei nicht herum, wird aber nicht so wild. Wir nutzen dafür die Shelly-Nodes innerhalb von Node-RED. Sie werden, wie im Einführungsvideo zu Node-RED gezeigt, über die Palettenverwaltung installiert. Nun legen wir, wie am Beginn des Videos gezeigt, einen Signal-K-Send-Path-Value-Node an, der per Function-Node oder Funktions-Node oder Inject-Node mit dem Message-Topic für den Pfad versorgt wird. Unser Pfad soll heißen Environment.Shelly1. So also sollte der Funktions-Node aussehen. Wenn wir zwischendurch einen Inject-Node vor den Funktions-Node legen, können wir den Signal-K-Path schon einmal generieren. Dabei sollte auch die Payload-Testweise mit einem Wahrheitswert belegt werden, wie hier gezeigt. Bitte kurz im Signal-K-Server überprüfen, ob das geklappt hat. Soweit erst einmal. Nun kommt die andere Seite, nämlich die Verbindung unserer Nodes mit der KIP-Schaltfläche. Denn wir wollen wissen, dass auf diese Schaltfläche gedrückt wurde. Bitte wechsle einmal zu KIP. Dort sollte die Schaltfläche schon angelegt sein. Wenn nicht, bitte kurz einrichten. Wie das funktioniert, zeigt Video 1. Das Widget kann nun dem eben erzeugten Signal-K-Pfad zugeordnet werden. Sehr wichtig ist, unter dem Reiter Put-Request die Option Enable Put-Request anzuschalten. Dies sorgt dafür, dass an den Signal-K-Pfad ein Put-Befehl gesendet wird, den wir nun auffangen müssen. Das Widget wird nun erst einmal gespeichert und es geht zurück zu Node-RED. Netterweise gibt es unter den Signal-K-Nodes einen, der genau zu unserer Anforderung passt, nämlich der Signal-K-Put-Handler. Dieser Node erwartet lediglich die Angabe eines Paths, dem er lauschen soll. Schauen wir mal, was passiert, wenn die KIP-Schaltfläche gedrückt wird. Dazu bekommt der Put-Node einen Debug-Node, dann wechseln wir zu KIP und betätigen die Schaltfläche. Im Debug-Fenster ist zu erkennen, dass KIP bei gedrückter Schaltfläche einen Text zurückliefert. Das ist schon mal was. So könnten wir aus dem Eingang der Payload des Put-Nodes einen Wahrheitswert generieren, der an den Signal-K-Path zurückgesendet wird. Dummerweise ist unklar, welchen Zustand der Wahrheitswert hat. Da muss also noch mehr passieren. Mein Ansatz ist, wenn das System hochfährt, wird der Schalter initialisiert, nämlich auf False gesetzt. Danach wird der Wahrheitswert immer dann geändert, wenn der Put-Node eine Payload schickt. Die Realisierung besteht einmal darin, einen Inject-Node zu nutzen, der nur einmal beim Starten des Systems eine False-Payload an den Funktions-Node sendet. Gleichzeitig wird eine Flow-Variable genutzt, also eine Variable, die auch außerhalb des einen Funktions-Nodes innerhalb des Flows Gültigkeit hat. Diese Variable speichert den aktuellen Zustand der Schaltfläche, siehe Code im Funktions-Node. Nun brauchen wir einen zweiten Funktions-Node, der diese Variable auswertet und quasi umschaltet, sowie der Put-Node eine Message sendet. Was der Put-Node sendet, ist eigentlich völlig egal. Der Funktions-Node reagiert nur, wenn er durch einen Payload-Eingang des Put-Nodes quasi angeschubst wird. Das geht so. Das Skript legt eine Variable Status an, die den Wert der Flow-Variablen abruft, in diesem Fall für Shelly 43. Die beiden folgenden If-Anweisungen schalten den Wert der Variablen jeweils auf den anderen Wahrheitswert und generieren daraus eine Payload, die der dritte im Bunde verarbeiten kann. Denn noch fehlt das Element, das schalten soll, das Shelly 1. Holen wir uns das Shelly 1 als Node mit auf die Bühne. Wenn es als Node noch fehlt, dann bitte über den Palettenmanager installieren. Der Shelly Node hat einen Eingang und einen Ausgang. Sehr praktisch, denn wir können am Eingang eine Schaltbefehl senden und am Ausgang dann gleich den Schaltzustand abfragen, mit dem wir unsere Flow-Variable dann immer aktualisieren. So ist auf alle Fälle immer klar, dass der Zustand der Flow-Variablen dem Schaltzustand des Shellys entspricht. Unter Hostname muss die IP-Adresse abgelegt werden. Hier wird also wichtig, dass das Shelly zuvor eine feste IP-Adresse bekommen hat, läuft und im Netz auch erreichbar ist. Wenn das Shelly aus Sicherheitsgründen per UID abgesichert wurde, dann bitte Username und Passwort eintragen und auf alle Fälle die Option Polling-Options anschalten und das Ping-Intervall auf maximal 2000 Millisekunden setzen. So wird gewährleistet, dass das mechanische Schalten des Shellys hier ebenfalls zu einem Ändern der Flow-Variable führt. Das ist ja wichtig. Wenn das nun alles eingetragen ist, auf Fertig drücken und den Shelly-Eingang mit dem Umschalten Funktionsnot verbinden. Was nun noch fehlt, ist ein Funktions-Node, der nach Abholen des Shelly-Schaltzustandes einmal die Flow-Variable schreibt und dann den Signal-K-Path mit dem aktuellen Wert beliefert, denn der ist Grundlage für die optische Darstellung der Kipp-Schaltfläche. Nun sollten alle Nodes miteinander verbunden werden, deployen nicht vergessen und dann hoffen, dass der erste Test erfolgreich verläuft. Wer wenig Zeit hat und sich den Flow nicht selbst aufbauen möchte, kann über das Segel-Forum im Thread Digitale Schaltflächen, siehe Link in der Videobeschreibung, den Flow herunterladen und selbst in sein Node-Red importieren. Ansonsten wird der Flow auch demnächst auf der OpenBoat-Webpage zum Download zur Verfügung stehen. Übrigens lässt sich Kipp mit den so erstellten Schaltflächen auch in AVNAV als User-App integrieren. Wie das geht, könnt Ihr in der Doku von AVNAV nachlesen. Ist recht fix erledigt und der Link findet sich natürlich auch in der Videobeschreibung. Dieses Video sollte einen Vorschlag für die digitalen Schaltflächen mit Kipp zeigen, der auch Beginnern und Leuten, die wenig mit Programmieren am Hut haben, einen Weg zeigt. Die Profis werden andere Wege gehen und ich wäre gespannt zu erfahren, wie Sie es machen würden. Seid herzlich eingeladen, dieses im Thread im Segel-Forum zu diskutieren. Bis dann und viel Erfolg beim Nachbauen. Das war's.